ja es ist schon auf dem land er ist auf dem land ich schlag dich dann Janis ich schlag dich NEIN NEIN Janis schlägt dich scheiße ich seh den da oben ich auch Zumindest bin ich nicht letzter ah ja schlag mich da komm ich weiter da komm ich weiter ans Ufer Alter bei mir leckt es voll Icepeed Icepeed ah in Juli vorbei ah es leckt auch bei mir ich hab einen FPS leck mich jetzt nicht mehr boah ist so ein scheiß leck mich leck mich leck mich Youngcat Power boah Bücher 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 kann ich nehmen äh hallo hallo hier hat es noch Eisen ein Apfel und Gold und einen Diamanten oh einen Diamanten kann ich nehmen einen Diamanten kannst du mir geben ich hab auch sechs Dias ja hey was mit den Büchern du hast ja die abgebaut und alter Jonas Jonas lass das drehen wir geben das alles der der die 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 Dinger verwaltet ich nein du nicht ich Lukas wo sind die Bücher Achtung halt warte Janis darf überhaupt nichts verwalten immer wenn der was verwaltet fliegt sind Lava nein ich kenne den doch was ist hier hat jemand von euch schon die Bücherregale weggeräumt ich hab schon wegräumt ähm boah ich kann ein beschriebenes Buch gegen einen Marken tauschen dann hätte ich 42 Maragde gut 20 Welsen gegen 1 Maragde du hast 42 Maragde du hast normale Bücher oh fuck ich mach die normalen Bücher schon zu aufwendig nee komm ah ne der bräuchte ja Feder gut ich mach das lieber so rum du brauchst 4 und 3 Maragde boah ich hab 3 Maragde und 6 Bücher woher hast du diesmal wenn du die schreiben willst ha woher hast du diesmal wenn du die Bücher beschreiben willst brauchst du einen Feder und einen Tintensack ja ich hab aber keinen Tinten mehr und kein Tintensack ey Jonas willst du den besten den Helm haben Cookies boah 9 Cookies die tausche ich da gegen einen die Smaragde oder fick dich der schlöffel schlau halt oh 4 Diamanten gegen einen Smaragde oh ich kann mir damit ne Zange holen ich auch ne Zange 23 Kohle für 1 Maragde nein nein andersrum 1 Maragde für Kohle also keine guckt euch den mal an der ist gut glaub ich kommt jetzt wohin denn oh oh Weizen hier gibt's auch irgendwo Felder oder naja im Wüschendorf Wüschendorf hat's auch welche ach misch der war immer schon Alina wo gehst du hin guck ja aber Halt halt ihr haut schon auf ja schon lang äh wie wirst du äh ich nehm hier ein bisschen gemein Alter an Sandstein mit äh ich hab noch Platz ich hab noch Platz äh ich nehm echt die Cookies mit anstatt die Smaragde was seit wann hast du Cookies auf deinem PC äh äh wo seid ihr ja am Dorf gib mir Cookies put that cookie down dann ist hast du Platz äh jetzt nicht mehr ah wo bisch der Cookie Man okay ich werfe noch die Kappler alles weg ah what the Candy Man can ah Fish Man nein Clay ich brauch noch mein Candy aua Kaktus aua Kaktus aua ihr seid doch jetzt fertig ich komm jetzt nein ich bin jetzt fertig das sind meine das sind meine Cookies habt ihr es bald nein Cookies Cookies was mit denen mhm halt aber was sind die Cookies bitte habt ihr den abgeschlachtet der wo Cookies nimmt oh jetzt gleich wieder nicht auf den drauf drücken ähm alter wo ist der wo Cookies nimmt gut tschüss ganz ehrlich wer will schon freiwillig Cookies das essen Janis kommst du jetzt oder wohin denn hier hoch ach so warum ey Leute damit wir weitergehen hier sind Felder ja ja geht weiter ich mach noch den glatten Sandstein da weg hier sind Felder Junge Juli ihr könnt einer von euch jetzt mal hier raus helfen actually so was hat die gemacht die haben sich im Loch ver ver hat und und bei bei loch kann sich jeder selber denken danke lukas scheiß auf die cookies die bringen kein essen doch das ist ja essen lukas bewegt jetzt ich muss mal essen als tatsächlich gekauft nein ich habe nur den glatten sandstein weg gemacht jetzt haben wir zwei stacks glatten sandstein ja ich will meine cookies aber ich habe gefunden ich habe gefunden und und alter ich habe jetzt 27 cookies durchschnittlich drei smaragdien ausgegeben doch also lukas du kirch geschlagen ich habe dafür richtig viel essen jetzt seit des langen ist das reicht jetzt für 27 hungerbalken wohin richtung eigentlich hätten wir in die andere richtung gehen sollen nach links ist halt nur irgendjemand hängt hier am kaktus lebst du noch ja er ist bei mir alle hängen bei mir gerade ja und bei euch jonas wartet mal kurz ihr hängt alle oh hier hat die welt auf gehör zu laden ich würde sagen ja aufgekackt wartet mal bitte kurz ich kann ja noch mal raus und rein gehen raus und raus rein das soll es sein jetzt bin ich drin und ich stehe an der du bist gut ganz tief drin alle schweben bei mir richtig vor dir in welche richtung was ich bin vor dir kind of magic magic ich lache aber das passiert aber echt jetzt ne du bist ja auch dein pc markt schaut nicht ja glaube ich ja aber echt jetzt gleich dafür ich darf das ja komm jetzt runter ja wohin denn ich bei mir bewegt sich nichts nein nein ich bin in lava gefallen er kümmert euch bitte so dass ich nicht vorweg gehe weil ich ich sehe nichts ich kann gar nichts machen du bist jetzt nicht in lava gefallen warum bewegt ihr euch nicht wir bewegen uns alle nein der hat ein minecraft neu der ist im lavasee verbrannt nein oder tp mich mal ich habe jetzt kein bock mehr zu laufen das war übelst weit auf okay warte ich hat man hat mal sammeln mal nichts auf ich habe jetzt kein bock mehr ja ich melde mich an ja ich versinke gerade in der grafik auch super ich versinke aus der welt irgendwie packt es ich gehe es in meine höhe anfangen sie ist in drei die meine höhe anfangen kurde schnee mine ja juli die erinnere mich mal ja mach ich oder schnee mein kart nachdem mache ich mache ich mache ich mache ich mache ich jetzt sind wir jetzt danach hören schnell ich muss mein zeug wieder aufsammeln ist die sport doch erst in fünf minuten erst lukas wo zeige bist du ich bin tot ich bin tot aus der welt raus geflogen cool ich bin gerade am ende der welt entlang die geil aus alter das kann doch nicht sein was los beeilt euch mal danke und wo ist mein zeug ich versinke schon wieder in der welt ich bleibe jetzt draußen ich war aber glaub noch weit genug von dem lavasee tschüss 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 tsch 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 jetzt lädt sich irgendwie keine ahnung ob ich schon tot bin oder nicht aber irgendwas lehrt gerade und ich stehe auf der welt und nicht unter der welt irgendwie habe ich jetzt mehr zeug wie davor und es geht eigentlich gar nicht du kannst jonas was geben der lehre sind winter oh jetzt lehre sind die welt wieder nicht alter ich werde dir von allen seiten geboxt geschlagen wo seid ihr verprügelt vergewaltigt ich habe auch was sammle ich denn scheiß schon wieder auf jonas komme her wo bist du ja hier oh mann scheiß gelättes zeug nimmst du jetzt jetzt ist wieder alles gut ich habe den boden getroppt gekriegt wo bist du äh ich weiß es nicht ich bin da wo es bei mir abgestürzt ist ich frage was seid ihr ich bin bei dem Dorf ungefähr in der Nähe ah ja ich sehe euch siehst du mich auf dich zu rennen ja äh hat irgendjemand von euch mein Fleisch Junge alter bei dir sind ganz viele creeper mega hallo hat von euch jemand mein fleisch ah alt ihr habt nur zwei leben ich hatte ja komm einfach zehn steaks ja ich hab mir einfach ich hab mir einfach ein paar ich hab noch 24 cookies denkst du oh du hast den bogen gell den bräuchte ich ich hab feiere ich sehe euren namen jonas ja ich sehe ich schon den bogen wen soll ich den kaktus rein schlagen jannis ich hab übrigens hier die Pfeile hier im gesteckt so wo wollen wir eigentlich hin linksrum oh kaktus alter wir sind so schlecht wir müssen im lpt cheaten ey da liegt redstone da liegt redstone dann müssen wir kurz ein cut machen warum echt oha ist gleich mega lag da bist du